Angara, du hattest doch das Spiel auch durchgespielt, oder? Irre ich mich da? Jupp. Hast du den zweiten Schlüssel im Dorf gefunden? Oder für das Dorf? Dass du hinten zu den Typen und sowas hinkamst? Zufällig? Jo. Okay, Frage an dich. Kommt der noch? Oder bin ich einfach nur dumm und überall vorbeigerannt? In der Kanalisation. Alles klar. Ich danke dir. Ich danke dir. Ja, dann habe ich den da wirklich übersehen. Ah, Mist. Aber gut. Gut zu wissen. Guan Yu, San Yu. Scheiße, welcher waren das jetzt? Ist der richtige gegangen? Ja. Okay, Freunde. Ja, danke. Sehr, sehr lieb. Da muss ich da nochmal gucken. Da habe ich den da übersehen. Tatsächlich. Ich dachte, ich habe mich gut umgeguckt. So ein Mist. Was quatschen wir jetzt eigentlich noch hier. Zauber, Tante? War da ein Idiot. Was? Ja. Wie ist das? Ja. Wie ist das? da war ein drachen kopf und da lag der okay ich wirklich blind gewesen sein interessant ich danke dir auf jeden fall gut na dann schauen wir mal was ist denn hier los freunde alles voller blut man könnt ihr nicht mal sauber machen ich kann schon wieder nicht zaubern das nervt mich den hansen wie viel haben wir überhaupt 177 und 47 stück was woher kam denn der pfeil ach da oben ja so ein wichsarsch was für ein penner wie versteckt da oben ganz schön frech ganz schön frech über die auf hast ja genau ach die scheiße von einer assassiner die mag ich ja nicht so da stehen im weg wollen die ihr sollt aufleveln und mir helfen und nicht im weg stehen ok mystischer kann ich junge ich glaube das spielt zu viel gespielt schön naja alles gut kann man denn spiele zu viel spielen solange man spaß hat ist doch alles gut tiger ach du scheiße das sieht ja cool aus ok zauber hallo was war das für ein geräusch wo ist hier noch ein gegner ach doch ok na gut wir nehmen alles mit was wir kriegen können trotzdem möchte ich mich jetzt schon mit dem tiger da anlegen ich glaube eher nicht aber wenn man nichts mehr erreichen kann weiß man auch nicht mehr was man machen soll selbst wenn es spaß macht ja gut das stimmt auch wieder wenn man die story und sowas und alle gegner halt besiegt hat dann ja irgendwann halt auch schluss kann ich auch verstehen natürlich aber ich hab's ja noch nicht durch also ich darf noch ein bisschen na klar na klar jetzt muss ich war hier kann ich mich nicht rüber mogeln war war klar über die brücke rechts lang ist eine kiste gut wir kommen wieder vorbei alles gut ja wir schauen mal immer schön in ruhe und dann ja jetzt kann sie auf einmal weiter springen jetzt hat er mich doch gesehen der arsch ist recht ist recht auch hier da war der andere kollege wir haben sie gesessen picknick gemacht sich gut gehen lassen recht so was freches ich fall bestimmt runter mehr gibt es ja nicht gelbschuldträger armbrust die haben wir schon auf einem besseren level so oh mein cousin spielt mal wieder computerspieler was ist hier los gut dann einmal hier können wir zufällig auf den tiger drauf springen ich bin gerade mal level 3 will ich das da schon gegen diese übermacht ach komm wir haben denn in die eier wir haben dem 1 in die eier oder kommt er bis hierhin wo bis wohin kommt denn der da springen wir von da oben runter ist doch viel besser weil zaubern können wir noch nicht außer mein rüstungs zauber da springen wir wenigstens drauf besser ist und wenn wir sterben dann sterben halt gut mietze katze kommen mal her gut die mietze haben wir kollege alter wackelt er mit dem kopf ok reicht jetzt komm her ist ja schlimm mit dir gut kommst du auch noch dann haben wir das hier in ruhe gemacht bestie ist auch einsatzbereit die müsste ich eigentlich für die normale welt müsste ich die wechseln da müsste ich wieder den piepmatz nehmen das wäre besser wenn ihr hier kommt du siehst mich nicht ist alles gut guck mal schön weg so ist es da zu früh gedrückt ich habe es gemerkt ich habe es gemerkt schön hätten wir das einmal fähnchen so ich hoffe ich habe hier alles aber was war eigentlich ganz gut aus hier kommen bestimmt nicht weiter nix schon wieder ein tiger die sind jetzt meine fresse ich sind so schnell ok welches level bin ich jetzt an ich will meine waffe endlich einsetzen ok dann loskommt weil ich war doch wenn man ausweicht aber er trotzdem noch den fitzel rang neu wir finden den rang neuen sachen ich freue mich das wird schön so tiger oh ja wir können die waffe endlich einsetzen das gefällt mir bitte lasst mich vor keinen anderen entdecken ok mit der katze sehr gut wo kämpft denn hier noch jemand kein gesehen und noch eine mietze na klar warum nicht junge junge was hier los ist ich dachte gerade das gegner meyer schreckt mich nicht so auch ein bisschen doof gebaut könnte man noch gleich auf die brücke springt nein was ist das für eine brücke ja gott man haben wir den jetzt mal bald mein gott junge junge ihr erschreckt mich heute hier wahnsinn wahnsinn aber gut alle brücken hier sind absolut für den arsch hier hätte man auch rüber gekonnt ok ok so ein paar fingerfarben haben wir gefunden ich trinke meinen schluck das ging ganz gut das ging ganz gut und wir haben unser erstes fähnchen schön ok ok dann schauen wir mal hier geht es scheinbar nirgends wohin hier liegt noch was ok da muss man mal runter hier haben wir auch nicht alles na klar na klar so jetzt bitte ohne runterfallen das klappt doch was bogen des fliegenden generals plus 7 ok zeigt mal her auf was gilt der angriff und wasser nett der könnte gar nicht mal so scheiße sein jetzt bloß noch stufe 4 bitte dann könnte der tatsächlich was sein angriff und wasser das müssen wir uns mal merken das müssen wir uns mal merken stahl das ist schön da können wir unsere waffe auf bessern bald das finde ich immer gut keiner da ich dachte keiner ok merkwürdig ja so ein perfekter ort für ein assassine der sofort auf mich drauf springt und mich umbringt jetzt kommen wir ins neblige gebiet wie es aussieht mystischer kranich das sind alles diese sachen die ich nie verwende noch nie benutzt ist hier nix stünden hier so auch wieder tiger ok aus das unangenehm hier ist das unangenehm hier weil man so gar nichts sieht ok das ist kein schönes gebiet ob da oben hier hier fühle ich mich nicht so wohl doch guck mal aber gut man kann sich auch nicht überall wohlfühlen neuen leder sehr schön das gefällt mir gut das ist ein assassine hundertmal geschmiedelt säbel säbel bäbel was haben wir hier feuerkessel ist hier noch was wozu wozu baut ihr das es ist sinnlos ok na hoffentlich finde ich hier alle fähnchen okidoki wo ist der tiger der ist ja gerade lang gerannt ich habe es gesehen da kommt da so zeigt mal mietze wo gesten lang ich will dir die eier treten am besten ok na komm schon so gefallen mir die gegner am besten ohne gegenwärter hier ist auch nix man assassine ha 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 okay so ist er jetzt oben noch was oder war das bloß der kollege hier der ein bisschen hin und her marschiert ist nur der kollege auch man ist ja gemein wo geht man jetzt am besten lang da oben ist magier wie es aussieht schau magier hallo ok krieger noch mehr krieger ok auf geht's ich habe ein vogel gehört so jetzt ist aber mal was ist denn hier los mensch tanzte hier um die limbo stange stripper oder was wo ist der kokkel gerade gelandet ich habe gerade gehört oder auch kein kokkel doch da unten ist er ich wollte doch sagen ich habe doch gerade gehört so aber wir schalten mal hier ganz in ruhe ich dachte ich hätte ihn besser getroffen kommst du hoch mal gut dann kommen hoch kriege ich dich besser ja das war ein kopfschuss junge was ja es ist richtig was du machst also fast ok kriegen wir den hier auch noch springt er dann auch hier beim stein auf und ab hä habe ich den gar nicht getroffen oder was ok ich dachte ich habe den getroffen ok da springt was ist mit dem magier hier los ich treffe den doch also ganz strange grad was war das denn so so geht das freunde habt ihr das gerade gesehen so da oben sitzt noch ein kollege und ist das der letzte zu früh gedrückt ich habe selber gemerkt ich habe es gerade selber gemerkt na gut drachen aber es ist ja wohl rein damit hier und hier reine schlott sehr schön gut 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 ja hier scheint ja nichts mehr zu sein hoffentlich kommst du zu mir hoch was also mal ganz ehrlich was euch dazu sagen ist das unangenehm das gebiet wenn man nix sieht ja kommt freunde ich lasse euch hoch guck mal hier könnte auch kommen sage mal also heute hat es nicht so mit dem springen hier ist ein teddybär ich höre ihn dann geben wir gleich mal was zu futtern hier ist dann die frage ob ich wieder zurückkomme da stürzt doch der boden ein oder okay ich sollte vielleicht erst mal durch das tor hier vorne kommen wir nicht oder ja das war klar okay also doch von drinnen und dem sommer vorbeigelaufen gut erst mal weg machen ja damit mal freie fahrt haben gut jetzt sind wir wieder hier dann gehen wir hier wieder in ruhe hoch warte mal was gibt es hier noch was wo kommt der her und ein und ein und ein okay aha das war der auf dem hätten wir runter springen können richtig okay das kam auch unerwartet grad hätte ich jetzt nicht erwartet und das törchen geht auf schön das ist nett das ist nett okay dann noch mal hoch und jetzt können wir dann durchs dach aber uns genauso hier die sache holen komm mal hier liegt noch was wir haben mich jetzt schon wieder erschrocken hier erschreckt meine ich noch was hier nein gut dann noch mal aufs dach und jetzt wirklich mal rein hier in die bude und zwar so panda wo bist du unter mir okay der ist über mir hat der neben mir gesessen hier auf der seite war was kommt der her sperr von könig fuhre okay komm türchen aufmachen der muss da oben irgendwo sitzen nicht wahr ich muss noch mal von oben gucken der ist hier über uns genau na los komm da gehen wir noch mal hoch und schauen uns noch mal richtig um ich höre ihn ja also irgendwo da muss er sein oder der sitzt hier auf dem dach also doch drin da ist er also muss man hier rum oder was geht mal weg gut jetzt habe ich dich schön jetzt ist die frage was geben wir dir kommt und schauen mit zauber und mit zauberphase will es auch glück glück eisangriff steinangriff alles nach fernkampf wenn schon ach komm hier nein falsch gedrückt man was mache ich denn heute sei doch nicht so dumm fallen lassen komm gib mir mal was schönes was richtig schönes jetzt du bist der teddy du bist der teddy komm schon kotz was schönes aus ein würfelchen glück willensdauer feuer schaden schwere aufbau ok negative effekte aber ach wenn man die verändern könnte das wäre cool das wäre cool